hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge so last of us weiter geht es hier jetzt sind wir ja wieder hier diese scheiße ja jetzt hilf mir doch mal hoch hilf mir das doch zum kotzen hier wieder machen dann mal los oder hab ich das schon näher ist eigentlich noch nicht sieht gut aus kann ich irgendwie alkohol hädchen wird aber hier jetzt 90 gut keine ahnung also ich bin so ein bisschen hin und herrissen von solchen spielen die dir zwar sagen du kannst speichern aber denn doch nicht da speichern wo sie speichern soll beziehungsweise wo man die speichert hat was machen wir gar nichts nein nein ist ziemlich viel los was was soll es was hat das für einen sinn die jetzt umzubringen zu bringen nichts tun können ich weiß aber man gehen wir zur brücke was hat er diese sinnlosigkeit beim menschen das andere menschen töten das ist so unglaublich es wird macht ihn wütend das ist nicht an der haare das ist das schlimme ist ja das ist nicht an der haare herbeizogen das ist wirklich so der junge unter der dieses aus und bis um , ja euch Oh, scheiße. Du bist tot, Arsloch! Hinter dir! Wo denn? Geh'n los! Alter! Wo kam denn wieder hinter mir? Da war doch ja keiner. Wo ich jetzt mache nie. Wir hätten sowieso nicht... Aber sie hättet ja in Südvoll vollbracht. So. Ist ja irgendwas... Nö. Ich hab da draußen aber gerade den Auto gesehen, oder? Kann das sein? Scheiß Panzer! Wie sie immer krächzt... Krächzt... Mh, Mh, Mh... Mh, Mh... Ich habe von der Kuh im Ostsee gehört. Sie haben nichts. Was ist mit der Market Street? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie sie aufscheuchen. Ich hoffe, dass die Einbringungen sich zeigen. Du bist. Sie müssen ja irgendwo auftauchen. Das wird wohl dein Glückstag. Joe, im oberen Stockwerk ist einer, da oben. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Kann ich nicht eigentlich... Scheiße. Okay. Da oben sind drei Fatzkes. Wow. Echt. Einige Scheiße, siehst du das? Nicht. Was ist das? Du wachst, du Scheiße. Wachst das, du Stück Scheiße. Dann mal los. Der haut manchmal nicht zuerst. Der ist ziemlich langsam manchmal im Hauen. Im Schlagen. Ich verstehe nicht warum. Mensch, fick dich doch, Alter. Diese Pisse. Mann, ich bin aber auch schlecht in sowas. Junge, Junge. Nee, ey. Sobald sich was bewegt, krieg ich das nicht mehr geschissen. Ellie, los. Deckung. Okay. Sobald sich was bewegt, krieg ich echt nicht gebacken. Mann, ey. Wie kann man nur so schlecht sein? Super gut. Das ist wahr. Hallo. Sei das. aber andererseits kann ich es auch nicht ändern ich kann nicht ändern was ich hier dass ich nicht schießen kann das ist nun mal so das ist nun mal fakt oh shit Oh man, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese... Kann ich das nicht... Kann das nicht... Er kann das nicht... Na, wie heißt das hier? Deaktivieren... Nee, entschärfen, Mensch. Manchmal fehlen die nicht die Worte. Ja, das ist alles. Wenn die sich bewegen, furchtbar. So, da oben haben wir alles abgesucht. Theoretisch müssten die das aber in der Stadt hören, wenn ihr geschossen würdet. So, haben wir da was drin? Schrotflinte, Schrotflinten, Munition, Trackennotiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Möglicherweise könnten wir den zur Flucht. Zur Flucht benutzen. Na bitte. Dann erstmal alles mit. Haben wir hier alles voll, oder was? Das ist das, was wir erstmal herstellen, die hier. Okay. Na, es lohnt sich schon, die Dinge hier aufzumachen. Oh, jetzt zu fräsen. Büschen, bisschen Ravioli. Hey, hilf mir hoch. Hey, hilf mir hoch. Okay. Komm schon. Na bitte. 15 Schuss, nicht viel. Wir sind fast da. Ich hab' in sowas gewohnt. Quarantäne-Zone in Boston. Militär-Vorbereitungsschule. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen? Aber du glaubst das nicht. Ich glaub, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Interessante Geschichten haben die hier immer zu erzählen. Das fände ich gut. Das lockert so ein bisschen die Stimmung auf. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich hab' den gesehen. Kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir Wassam, okay? Okay. Seine Tochter hat ihn darin geschleppt. Gut. Haben wir hier noch? Haben wir hier noch was? Nein. Gehen wir durch die Gasse. Wow, der verdammte Truck. Schon gut. Bleibt nur in Deckung. Weiter. Ich weiß nicht. Was ist? Ich bin ein 20-mal. Was denn? Ich schwirr. Du hast 25-Dosen-Bacon? Ja, 24. Hab eine verpuppt. Woher hast du 24-Dosen-Bacon? Bin ich jetzt schon in dem Hotel. Und damals? Ruben und ich sind drauf gestoßen. und haben alles geteilt. Der Stolz ist okay. Warum machst du mehr? Warum? Ich hab's im Wohlig wehbart. Ja, klar willst du. Nein, ich hab deine Art vor dem Ticker gerettet. Ich denke, du hast mal. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann. Ich mach dir wissen, wenn du damit aufhörst. Ich hab's nicht wirklich zu. Zeige, Mann. Klar ist das zu. Was war das? Ja. Ach du, oh. Ich geh ran. Der kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Hab ich dich! So dumm, weil der da... Och, ey. Das ist so dumm wieder. Am liebsten wir jetzt nochmal laden. Aber machen wir nicht. Da willst du leise vorgehen? Und was ist? Rotze es. Sag mal. Sag mal. Wie ist die davon? Seine Art Geschützturm. Bleib unten. Ich finde dieses... Alter, echt jetzt? Ich finde dieses... Ich bin nicht so dumm. Alter, die ist genau da vorgerannt, die dumme Kugel. Die ist genau da vorgerannt. Sie hat eine Kugel für ihn abgefangen. Herzlichen Glückwunsch, auch. So, eine dumme Pute. Heilige Scheiße! Verdammt! Der lebt ja immer noch. Der trifft dir die ganze Zeit nicht. Egal, wie du rennst, wie du machst, aber da ist er im Voraus. Da drüben! Der lebt ja immer noch. Ich hasse diese Unlogik in Spielen. Ohne Scheiß. Hier drüben! Ich hasse das. Ich hasse diese Unlogik. Das macht keinen Spaß. Alter! Scheiß, Dreck hier alles, ey. Boah! Wie mich sowas annervt. Wir müssen hier raus. Kann das sein? Und alles nur, weil du hier diese Scheiße... Diese Scheiß-Computer, dass er den da runtergeschmissen hat. Ich glaub, sie sind weg. Weg? Weg? Es wird alles aufregend, ey. lassen wir hier wieder raus wahrscheinlich ja wird sie überhaupt noch irgendwo raus wir haben 105 endlich ob das jetzt sinnvoll war weiß ich nicht freunde der sonne ich mache an der stelle erst mal schluss wir sehen uns hier in der nächsten folge wieder bis dahin halte die wohnsteife und tüdel